Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Medkonstellin Wagner, ich bin Frauenarzt und trotzdem sprechen wir heute über die männliche Vasektomie, also die Sterilisation des Mannes. Welche Vorteile gibt es da, welche Nachteile, wie sind die Risiken und was passiert eigentlich danach, wie geht es weiter mit dem Sexualleben etc. pp. Wir starten in dieser Folge durch, viel Spaß dabei. Auch wenn ich Gynäkologe bin und nicht Urologe, habe ich mich dennoch extrem gut in dieses Thema eingelesen und wie ihr vielleicht bei Instagram ja auch mitbekommen habt, habe ich selber eine Vasektomie hinter mir, weiß also aus dem Nähkästchen, wie es sich auch anfühlt, vorher mittendrin und nachher. Dazu wird es aber ein gesondertes Video geben, was ihr hier abrufen könnt, da schildere ich einfach nochmal meine persönlichen Erfahrungen, mein subjektives Empfinden, fernab von der evidenzbasierten Medizin, die es heute hier gibt. Vorweg erste Frage, was ist eigentlich die Vasektomie? Die Vasektomie sollte eigentlich so ziemlich allen klar sein, die Sterilisation des Mannes und die geht so vonstatten, dass man ja im Hoden die Spermien produziert und diese dann über die Samenleiter, über dann später die Harnröhre, bei der Ejakulation nach außen gelangen. Sinnvollerweise sagt man sich also, okay, wenn ich die Strecke zwischen Hoden und dann Ausgang vom Penis irgendwie unterbinden kann, dann kommen ja die Spermien nicht dort an, wo sie zur Schwangerschaft führen kann, nämlich in der Frau. Also unterbindet man diese Samenleiter, Bitesides, gibt also Paare, zwei Stück, rechts und links und die werden ganz simpel, einfach durchtrennt, koaguliert, das heißt mit Strom verödet und nochmal umnäht bzw. zugenäht und dann kommt da im besten Falle kein Spermium mehr durch. Es ist also nichts anderes als eine Verhütungsmethode für den Mann und damit auch die sicherste Verhütungsmethode für den Mann mit einem Pearl Index von 0,1. Das bedeutet, eine Frau von 1000 wird innerhalb eines Jahres trotzdem schwanger, trotz der Vasektomie. Wie kann das denn sein, warum ist der Pearl Index nicht bei 0? Ja, weil wir sehr viele Millionen Spermien haben und unser Körper auch sehr pfiffig ist, auch wieder etwas herzustellen. Die sogenannte Rekanalisation ist also tatsächlich ein Risiko, über das auch aufgeklärt werden muss, dass es also trotzdem, trotz der Vasektomie eben zur Schwangerschaft kommen kann, weshalb auch von den UrologInnen und Urologen regelmäßige Spermiogrammuntersuchungen empfohlen werden. Da kommen wir aber gleich noch zu. Die Frage, die sich natürlich auch die meisten Männer stellen, wie läuft das Ganze jetzt so vom operativen Prozedere ab? Und natürlich die Frage, wie ist es danach, wie fühlt es sich an und so weiter, da komme ich gleich noch zu. Erstmal zum operativen Prozedere. Ich habe Gott sei Dank meinen Urologen, der dies bei mir durchgeführt hat, gefragt, ob ich mal eine OP mitfilmen darf. Und er war so nett und hat gesagt, natürlich können wir das mal machen. Und dieses Video findet ihr hier. Kleine Triggerwarnung, da geht es um operative Bilder und deswegen ist das natürlich nicht für jeden und jede etwas. Aber wenn euch das mal im Detail interessiert, gerade die Männer, dann dürft ihr euch das Video gerne mal anschauen. Heutzutage gibt es zwei Methoden. Einmal die Methode mit Skalpell, also mit einem scharfen Messer und einmal ohne Skalpell, die No-Skalpell-Technik. Und bei beiden ist es aber so, dass eine lokale Betäubung erfolgt, ähnlich wie man es von der Zahnärztin, dem Zahnarzt kennt. Also wird mit einem Lokalanästhetikum der Bereich, der dann präpariert wird, betäubt, sodass man wach ist, aber überhaupt keine Schmerzen verspürt. Bei der Skalpell-Methode, wie man sich vorstellen kann, wird entsprechend mit einem Skalpell der Hodensack bzw. die Haut des Hodensacks eröffnet auf beiden Seiten, um eben beidseits die Samenleiter darzustellen und dann entsprechend zu unterbinden. Bei der No-Skalpell-Technik wird dieser Schnitt am Penisschaft gemacht und entsprechend da natürlich auch betäubt. Und von diesem Zugang aus können beide Samenleiter dargestellt und präpariert werden und auch durchtrennt werden. Beide Methoden funktionieren also sehr gut. Ihr müsst im besten Falle bei der urologischen Praxis mal anrufen, welche Methode da angeboten wird. Die No-Skalpell-Technik ist etwas neuer und moderner und sicherlich auch momentan sehr en vogue. Stellt euch die Samenleiter ein bisschen vor wie so kleine Röhren, wie so ein ganz kleiner Strohhalm. Nichts anderes machen sie auch, dass deren Funktion einfach vom Hoden quasi zur Prostata und dann eben über die Harnröhre die Samen dort hinzubringen mit dem Ejakulat. Und dieser kleine Strohhalm, der muss eben unterbunden werden. Man nimmt dort so einen guten Zentimeter auch weg, dass man ein bisschen Strecke dazwischen hat. Dieses kleine Stückchen, was da präpariert wird, diesen Zentimeter, schickt man auch ein zum Pathologen, der unter dem Mikroskop guckt. Jawohl, das war auch ein Samenleiter und nichts anderes. Dann werden diese zwei Enden koaguliert, das heißt mit Strom verödet und dann noch umgenäht, sodass wirklich doppelte Sicherheit herrscht, dass hier keine Samen von rechts nach links kommen können. Außerdem werden sie in verschiedenen Gewebe-Ebenen noch versenkt im Hoden-Sack, sodass da wirklich diese Rekanalisation sehr, sehr unwahrscheinlich werden sollte. Dann wird die Haut entsprechend wieder genäht. Das sind selbstauflösende Fäden, da muss man also auch nichts ziehen lassen. And that's it. Die OP an sich dauert also 10-15 Minuten maximal, nachdem eben die Betäubung gewirkt hat und sie ist schneller durchgeführt als erklärt. Und danach geht man nach Hause. Das ist das Schöne am ambulanten Eingriff. Man ist aber noch nicht spermienfrei. Das ist wichtig. Also man muss zusätzlich verhüten in den nächsten Wochen, denn es folgen erstmal noch Kontrollspermiogramme, meistens nach vier bis sechs Wochen und dann nochmal nach acht bis zwölf Wochen, um zu schauen, dass da wirklich nur noch unter 100.000 unbewegliche Spermien im Ejakulat drin sind. Und dann gilt man wirklich als steril, weil es befinden sich natürlich von diesen 30 bis 40 Millionen Spermien noch einige in der Harnröhre oder auch oberhalb des Hodens, die eben noch in der Strecke sind, die sich erst noch entleeren muss. Das heißt, kurz nach der OP seid ihr noch nicht ganz sicher, was den Verhütungseffekt angeht. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die die Männer ja brennend interessieren. Prinzip verstanden, alles klar. Erstens, was kostet der Spaß? Er wird eben nicht von den Krankenkassen übernommen. Es ist eine Privatleistung. Weder die gesetzlichen noch die privaten sind dazu angehalten, eine freiwillige Sterilisation zu übernehmen. Und die Kosten liegen zwischen 3 und 700 Euro, je nach Praxis. Der Schnitt ist so bei vier bis 500 Euro. Erstmal viel Geld, aber auf lange Sicht gesehen natürlich ein ziemlich günstiges Verhütungsmittel. Zweite Frage, die sich natürlich alle Männer stellen. Okay, wie sicher ist das Ganze? Nicht jetzt vom Verhütungseffekt, das hatten wir ja, sondern vom operativen Prozedere. Was erwartet mich danach oder was kann ich für Komplikationen haben? Auch das Prostatakarzinon-Risiko werden wir jetzt einmal ansprechen. Grundsätzlich ist die Vasektomie ein unglaublich nebenwirkungs- und risikoarmer Eingriff. Es ist außerhalb des Körpers. Es geht unter örtlicher Betäubung. Es sind keine großen Blutgefäße, die man jetzt irgendwo lebensgefährlich verletzen könnte. Nichtsdestotrotz, bei jedem Eingriff, egal was ich im Körper invasiv mache, kann es natürlich zu Blutergüssen und Blutungen kommen, Nachblutungen kommen. Der Hodensack hat sehr viel Volumen für Blut. Das heißt, wenn da eine Nachblutung ist, dann dauert es auch sehr lange, bis das symptomatisch wird, weil sich eben viel Blut auch sammeln kann in so einem Hodensack. Es kann zu Infektionen, Wundinfektionen kommen. Und diese Komplikationen lassen sich aber wahnsinnig gut behandeln und heilen auch in der Regel folgenlos aus. Jetzt gibt es noch zwei Besonderheiten oder besondere Komplikationen. Das ist einmal das Postvasektomie-Schmerzsyndrom. Ein sehr, sehr seltenes Syndrom, was noch relativ ungeklärt ist. Es kommt also zu anhaltenden Schmerzen, chronischen Schmerzen im Hodensack und den Leistenkanälen. Ganz zu erklären ist dieses Phänomen noch nicht. Man geht davon aus, dass der Nebenhoden irgendwo aufgedehnt wird und dieser Dehnungsschmerz dauerhaft eben dort stattfindet. Hier ist es tatsächlich auch unter Umständen möglich, eine erneute Operation zu vollziehen, um eben diesem Schmerzsyndrom zu entgegnen. Das ist aber ein unglaublich seltenes Ereignis. Dann kommen wir zum wichtigen Thema. Immer wenn es um das Thema Krebsrisiko etc. geht, dann ist ja wirklich immer Obacht geboten. Und alle treten einen Schritt zurück und sagen sich, okay, nein, danke. Prostatakarzinom-Risiko nach Vasektomie. Die einen Studien sagen, ja, auf jeden Fall, ist leicht erhöht. Die nächsten Studien sagen, nein, ist nicht erhöht. Das ist alles eine BIAS, also ein Störfaktor von den Studien, weil Männer, die eine Vasektomie vollzogen haben, eben statistisch viel häufiger zu Urologinnen und Urologen gehen. Entsprechend, wenn viel untersucht wird, kommt auch mehr raus. Das Prostatakarzinom-Risiko ist also nur statistisch erhöht, weil die Leute mehr zur Ärztin oder zum Arzt gehen. Unterm Strich ist die aktuelle Datenlage so, dass man ein geringfügig erhöhtes Prostatakarzinom-Risiko hat. Ja, es liegt ungefähr bei 7%. Das individuelle Risiko ist aber unglaublich gering. Also für den einzelnen Mann bedeutet das jetzt erstmal ein unglaublich geringes Risiko, am Prostatakarzinom zu erkranken. Was ja auch eine Erkrankung ist, eine Krebserkrankung, die sehr gut therapiert werden kann, sollte es dazu kommen. Bevor die Männer jetzt aufschreien, abschalten und wegrennen, darf man auch nicht vergessen und auch nicht unterschlagen, dass hormonelle Kontrazeptiver, die Pille, Spiralen, Stäbchen, alle zum Beispiel das Brustkrebsrisiko signifikant erhöhen. Auch eine Hormonspirale, die ein Gelbkörperhormon-only-Präparat ist. Also auch hier haben die Frauen auf der Nebenwirkungsliste ein Krebsrisiko stehen, was übrigens bei der kombinierten Pille, je nach Zusammensetzung, je nach Alter der Frau und Gesamtkonstellation, also ist die Frau adipös, hat sie Vorerkrankungen, fast 20% beträgt. Man hat also ein bis zu 20% erhöhtes Risiko an Mammakarzinom, dem Brustkrebs zu erkranken, eine schwere Erkrankung, die auch zwar mittlerweile gut therapierbar ist, aber im Gegensatz zu einem 7%igen Prostatakarzinom-Risiko, was sehr gut zu behandeln ist, dem Ganzen irgendwo entgegensteht. Das darf man auch nie vergessen. Bevor wir jetzt gleich zu den großen Fragen kommen, was ist mit meiner Ereaktion, was ist mit meinen Testosteronwerten, was ist mit der Ejakulation, mit der Libido etc. pp. mit meiner psychischen Belastung, kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, ist die Vasektomie rückgängig zu machen. Ich, als ich da saß und aufgeklärt wurde, habe gehört, die Vasektomie gilt als irreversibler Eingriff auf die Fruchtbarkeit. Also ein nicht rückgängig machbarer Eingriff. So ist es offiziell die Definition. Er ist irreversibel, auch wenn die Operation möglich ist, die Rekanalisation eben chirurgisch zu durchführen. Es ist ein sehr langwieriger Eingriff in Vollnarkose und auch ein sehr teurer Eingriff, das muss man wissen. Man hat aber auch gesehen, dass diese Operation in meinen Augen recht gut funktioniert, denn in 80 bis 90% der Fälle findet man auf einmal dann wieder Spermien im Ejakulat und die Schwangerschaftsrate liegt so zwischen 50 und 70%. Das finde ich nach so einem Eingriff, wo man ja quasi steril ist, eigentlich gar nicht so wild. Aber man muss es sich auch leisten können und das Wichtigste ist, man muss sich vor so einem Eingriff deutlich machen, dass das ein irreversibler Einschnitt in die Fruchtbarkeit bedeuten kann, ohne Garantie, dass das jemals wieder funktioniert mit Kinderwunsch. So und jetzt zu guter Letzt fast das Wichtigste für viele Männer. Was verändert sich danach? Wie geht es weiter? Wie ist meine Erektion? Wie ist meine Ejakulation? Was ist mit meiner Libido und mit meinem Testosteron-Level, also meiner Männlichkeit? Machen wir es kurz. Es verändert sich gar nichts. Tatsächlich merkst du als Mann und auch als Frau keinen Unterschied. Du hast eine normale Erektion, du hast eine normale Libido. Studien sagen sogar, die Libido ist erhöht aufgrund der Freiheiten, die man jetzt hat. Das Ejakulat ändert sich nicht von der Menge, vom Geruch, von der Konsistenz. Spermien machen nur 5% des Volumens des Ejakulats aus. Du siehst also nicht, dass es irgendwie weniger ist oder anders aussieht. Es ist alles beim Alten. Du merkst keinen Unterschied. Wichtiger Punkt für ganz, ganz viele Männer. Die Testosteron-Level dadurch, dass der Hoden ja gar nicht berührt wird, sondern nur die Röhren, die davon wegführen, ist ganz normal. Du hast einen normalen Testosteron-Spiegel, du bist nicht entmännlicht oder irgendetwas. Es ist alles okay, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. 97% der Männer fühlen sich nach so einem Eingriff auch psychisch nicht belastet. Da gibt es immer noch die 3%, die sich psychisch belastet fühlen. Wie kommt das denn zustande? Die 3% sind deswegen psychisch belastet, weil sie jetzt erst wahrnehmen und realisieren, dass sie zeugungsunfähig sind. Und diese Tatsache ist für sie so niederschmetternd, dass sie dadurch sich psychisch belastet fühlen. Das ist eben etwas, was man sich vorher überlegen sollte, hat aber nichts mit der OP oder mit irgendwelchen physiologischen Anpassungen zu tun. Unterm Strich bleibt zu sagen, die Vasektomie ist das sicherste Verhütungsmittel der Mann und allgemein eines der sichersten Verhütungsmittel zur Sterilisation der Frau. Was da Besonderheiten sind oder wie auch der Vergleich ist, kann ich euch dieses Video empfehlen, wenn euch das mal auf dem anderen Part jetzt interessiert, auch was die Kosten und die Risiken angeht. Es ist ein ambulanter und sehr risikoarmer Eingriff, der erstmal ein bisschen Geld kostet, aber auf die nächsten 30 Jahre gerechnet sehr, sehr günstiges Verhütungsmittel ist. Du hast mit keinerlei Veränderungen in deinem Sexualleben zu rechnen und damit ist es sicherlich eine super Option für euch, wenn ihr sagt, Kinderwunsch definitiv abgeschlossen. So, damit schließe ich dieses Video ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Denkt mal über das Video nach und wie gesagt, wenn euch mein persönlicher Bericht interessiert, dann schaut euch dieses Video an. Ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare unter diesem Video. Sagt mal, wie ist das bei euch, euren Männern? Habt ihr euch dafür entschieden, dagegen entschieden und wenn ja, warum? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski.